So, Christian, vielen, vielen Dank. Ich stelle fest, du bist ein exzellenter Beobachter, weil die Themen, die du angesprochen hast, sowohl in Bezug auf GF Bio und das Zusammenraufen, das hatten wir heute auch schon so ein wenig diskutiert, aber natürlich auch in Bezug auf die gesamte Diversitätslandschaft in Deutschland. Und ich habe jetzt das Vergnügen, dass ich einen kurzen Durchlauf, kann man sagen, über NFT4BiDiversity machen darf, sozusagen in einer Nutshell mehr oder minder. Warum wir das eigentlich überhaupt machen, was die Motivation dahinter war, natürlich haben wir gehört, dass wir aus GF Bio entstanden sind, aber warum eigentlich überhaupt weitermachen, kann ja auch mal gut sein irgendwie. Und ich denke, die Quintessenz, die wir jetzt auch herausgearbeitet haben und auch in der neuen Webpage, die seit gestern Abend online ist, steht, wir glauben wirklich daran, dass es eben notwendig ist, dass wir Politikwissenschaft und jeden, der sich sozusagen im Bereich der Biodiversitätsforschung oder auch der Umweltforschung tummelt, mit guten, zuverlässigen und nachhaltigen Daten ausstatten müssen, um eben Biodiversität als globale Aufgabe zu verstehen und diese auch zu erhalten. Und da hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren natürlich und wir sind natürlich jetzt auch, muss man sagen, in einer sehr guten Zeit, also wie es Michael gesagt hat, wahrscheinlich die beste Zeit, die es geben kann dafür. Der andere Punkt ist dann ganz einfacher, wir leben in Zeiten der Digitalisierung, also meistens nicht alles in Deutschland, aber so im Großen und Ganzen und natürlich bringt das einfach eine große Datenmenge mit sich. Und die zu verarbeiten, überhaupt damit umgehen zu können, die digitale Fähigkeit zu haben, die Sprech- und Handlungsfähigkeit, das ist definitiv etwas, was uns einfach notwendig erscheint, um überhaupt vorankommen zu können und eben Wissenschaft machen zu können. Und die ganz nüchterne Erkenntnis, dass Daten über die Zeit verloren gehen. Und das zeigt im Prinzip diese Studie hier, aus mehreren Studien, man sieht einfach, selbst publizierte Daten sind über die Zeit hin nicht dauerhaft verfügbar. Und das ist eigentlich ein Unding für die Wissenschaft, weil gerade wie wir jetzt gelernt haben, in der Zeit der Klimawandel und Artensterbens, wir brauchen eigentlich die Daten vor 10, 20, 30, 100 Jahren und in noch 100 Jahren, um wirklich Aussagen treffen zu können, was denn die Gründe sind, wie es weitergeht und was wir dagegen tun können. Und das ist im Moment im aktuellen Wissenschaftssystem, muss man leider so sagen, nicht gegeben. Wir brauchen entsprechende Infrastrukturen dafür. Und ich glaube, dieser Report ist allen bewusst, die Notwendigkeit unserer Arten erstmal zu wissen, was denn überhaupt da ist, um zu sehen, was wir so verlieren. Das ist, glaube ich, jedem klar. Das war im Prinzip sozusagen die Grundmotivation, aus dem NFT for Biodiversity entstanden ist. Und wenn wir sozusagen über Biodiversity reden, dann reden wir letztendlich eben nicht nur über die Diversität der Arten, sondern was wir darunter verstehen, jetzt auch ähnlich wie Biodiversity, ist eben Ökosysteme, Gene, Diversität letztendlich im genetischen Material, Funktionen, Interaktionen und dieses Ökosystem sollte ganz da hinten stehen, wo die vollen bunten Bildchen sind. Und das natürlich wiederum sowohl als Observationsdaten als Zeitserien verschnitten letztendlich wiederum mit anderen Daten. Deswegen ist die NFDI für uns auch so wichtig, weil A, der NFT for Earth zum Beispiel, aber auch NFT for Health oder Content-SWD, die sind mit sozialwissenschaftlichen Daten. Das hängt einfach letztendlich alles zusammen. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Daten da sind, damit man diese Zusammenhänge auch versteht in der Zukunft. Referenznissen, Taxonomien, ist klar. So, für die, die sozusagen erst jetzt zugeschaltet haben und noch nicht heute früh, wie viele haben wir denn gerade eigentlich ein Online-Evokal? Lass du mal gucken. Um die 60? 81? Also ausgezeichnet. Also 81 Leute draußen, wunderbar. Für die, die sozusagen noch nicht heute früh dabei sind, einmal ganz kurz noch ein Schnelldurchlauf durch GF Bio. Wir haben ja eine Historie, die wurde heute früher schon ausführlich beleuchtet, nämlich GF Bio, die aus vielen Vorarbeiten letztendlich entstanden ist, die Universitätskommission, dann aber letztendlich ist 2011 die DFG aufgerufen hat, dass wir eine nationale Datenservice-Center, Dateninfrastruktur schaffen sollen, aus der dann 2014 wirklich GF Bio als Projekt entstanden ist, mit einer siebeneinhalb, jetzt fast achteinhalb Jahre Förderung. Die Zahlen hat Janine vorhin schon alle genannt, mehreren Kindern auch da drin. Und letztendlich dann der, um die Nachhaltigkeit zu sichern, die GF Bio e.V. als Verein, der dann wiederum als Grundstruktur für die Governance im Bereich des Antrags für NFT for Biodiversity war und der jetzt eben auch die Steuerung letztendlich von dem Großprojekt mit über 50, oder mit 50 Teilnehmern oder 50 Partnern im Moment macht. Wie geht es im Moment weiter? Wir haben eine Fünfjahresperspektive, die wir im Moment sozusagen mit Leben füllen müssen, aber natürlich gehen wir davon aus, dass die Politik ihre Versprechen wahr macht und das Ganze dann eben über weitere fünf Jahre und dann in die Verstetigung bringt, wenn sich die Struktur und die Idee der NFDI als Ganzes bewahrheitet, als etwas, was tragfähig ist. Und ich setze da, wie gesagt, sehr, sehr große Hoffnung drauf, die Möglichkeit eines föderierten, nachhaltigen Strukturs zu schaffen und auch dauerhaft zu bewahren. Das ist sozusagen das Motto von GF Bio, haben wir heute von Michael auch schon gesehen, natürlich eben die Datenaustausch von biologischen Umweltdaten zu erreichen. Wie gesagt, ursprünglich gedacht als Hilfestellung für DFG-Förderung, wo die DFG ihren Nutzern sagen kann, ihren Antragstellern sagen kann, hier geht zu GF Bio, da werdet ihr geholfen. Was haben wir erreicht? Das haben wir teilweise heute schon gesehen. Ganz wichtig, ich wiederhole es nochmal, Christian hat es auch gerade wiederholt, das Zusammenraufen im wahrsten Sinne des Wortes von 20 Partnern und daraus im Prinzip eine vertrauenswürdige Struktur zu schaffen für unsere Nutzer, für unsere Kunden und eine gemeinsame Sprache, auch im Bereich Metadaten zu finden, Submission-Systeme und natürlich Visualisierungs-Analyse-Systeme, das alles letztendlich nachhaltig auf der Webpage und als Service zur Führung zu stehen. Plus natürlich Outreach, Support und Training, nicht zu vergessen, weil ohne das geht es auf gar keinen Fall. Gut, was ist jetzt NFT für Biodiversity? Biodiversity, wie gesagt, wir müssen an den Schriften arbeiten und irgendwie haben sie das auch rausgekriegt hier gerade. Die Thematik natürlich, die bei NFT für Biodiversity dahinter steht, ist ähnlich wie wir es in GF Bio haben, nur natürlich etwas spezifisch auf Bioditätsdaten. Nämlich, wie kann man verschiedenste Datensysteme, Typen, Beobachtungsdaten, Verteilungsdaten, Ökosystemdaten, alles, was hier im Prinzip steht, funktionelle Daten, aber auch natürlich Daten aus Sammlungen, molekulare Daten, Modelldaten oder Satellitendaten am Schluss zusammenbringen, die, und das kommt erschwerend hinzu, eben nicht an einem einzigen Ort zu finden sind, sondern verteilt sind über verschiedenste Systeme, über verschiedenste Einheiten. Und wir leben in einem föderalen Deutschland und jedes Bundesland hat nun mal seine eigenen Systeme und jede Behörde hat sein eigenes System und Bürgerwissenschaften arbeiten anders wie Forschung, aber dennoch ist es ein großer Datenschatz, den wir zusammenbringen müssen. Und so mit dieser Idee haben wir NFT für Biodiversity aufgebaut. Auch hier sozusagen nur ganz kurz der Hinweis, die sogenannten Co-Applicants, das sind die in der neuen Struktur NFT für Biodiversity, das sind sozusagen die dauerhaften Partner, die dabei sind. Wichtig für uns ist einfach nur, wir haben Datencenter, wir haben Infrastrukturprovider, wir haben Informatik dabei, natürlich ohne das geht es ja nicht, Biologie, wir haben natürlich die gesamte Outreach und Training dabei und das Ganze verteilt über ganz Deutschland. Und der wirkliche Schatz, glaube ich, der neben den Co-Applicants ist in unseren Participants, das ist sozusagen formal gesehen, die die zusätzliche Leistung in der NFT-Fahrheit, die wir es die einbringen, hier an der Stelle nur die vier großen Säulen letztendlich, aus akademischen Bereichen, natürlich aus der Forschung, die Datencenter und Sammlungen und natürlich die Behörden und am Schluss sozusagen die Verbände und die Bürgerwissenschaften. Und das ist auch eine signifikante Erweiterung von GF-Bio, die wir eben so vorher nicht hatten, wirklich noch integrativer zu sein, noch mehr aufnehmen zu können und neue Datenquellen zu erschließen, zu mobilisieren und auch letztendlich damit eben einen deutlich besseren, größeren Datenpool zu erlauben. Das Ganze manifestiert sich in den Use Cases erstmal. Also uns ist klar, man kann auch mit 50 Partnern und fünf Jahren nicht alles machen, also müssen wir uns auf irgendwas konzentrieren und das sind für uns sozusagen, die Kristallation ist an der Stelle durch die Use Cases gegeben. Use Cases heißt, das sind wirklich konkrete Projekte, wo wir Dinge umsetzen wollen und werden, damit wir sehen und lernen können, wie Dinge funktionieren und dass man die letztendlich dann als Transfer transferieren kann in die Breite. Das wäre die Idee dahinter und wir sehen, wir haben mit 23 Use Cases, glaube ich, schon einen guten Anfang gemacht. Auch das natürlich ist etwas, was wir über die Zeit wahrscheinlich nochmal erweitern müssen und überlegen müssen, wie wir damit in Zukunft umgehen. Was wollen wir am Schluss liefern? Was sind sozusagen die Service Portfolio, das wir haben oder das wir bereits haben oder das wir jetzt eigentlich auch transferieren wollen von Anyfone und GF Bio mit unseren Partnern zusammen letztendlich gute, vertrauenswürdige, getestete, funktionierende Tools, um Biositätsdaten, Umweltdaten verfügbar zu machen. Das heißt also, sowohl auf bestimmte Daten, relevanten aus der Domäne, sozusagen domainrelevante Daten, zugreifen zu können. Wir propagieren sehr stark das Front-Office-Back-Office-Modell. Das heißt also, wir als NFC für Biodiversity sind das Back-Office. Wir können die Strukturen, die Infrastruktur und das Management und die Datenpools liefern, aber die wirkliche Abholen der Nutzer können wir nur teilweise liefern. Das muss vor Ort passieren. Deswegen sind wir sehr stark auch mit Universitäten, Data Stewards, mit Landesinitiativen in Kontakt, sodass wir im Prinzip dort versuchen, vor Ort Leute zu haben, die wirklich die einzelnen Nutzer an die Hand nehmen können und dann mit uns zusammen letztendlich die Struktur schaffen, dass wir ein großes Netzwerk sind, wo die Daten eben fließen können. Und da arbeiten wir sehr stark dran im Moment und ich denke, das ist jetzt im Moment auch einfach gefördert durch die gesamte Bedeutung der Forschungsdatenmanagements in Deutschland. jedes Institut, jede Universität ist im Moment auf der Suche einer Forschungsdatenmanager, man kann die Stellenanzeigen schon kaum erzählen und das sozusagen auch für uns zu mobilisieren und da die Verbindung zu haben, da sind wir im Moment ganz stark dran. Nichtsdestoweniger ist natürlich Education und Training eine ganz klare Zielstellung. Wir müssen die Leute ausbilden, wir müssen die Leute entsprechend an die Sache heranführen und natürlich auch dann klar machen, wo wir, was wir liefern können und was sozusagen von Seiten der Leute geliefert werden muss vor Ort. Und ganz wichtig, eines der zentralen Punkte, die wir auch in die gesamte NFDI eingebracht haben, nämlich die Research Data Commons, die gesamte Infrastruktur, hier ein einfaches, abstrahiertes Bild davon. Die Idee ist einfach, dass man die Daten in einem Data Pool sozusagen halten kann, Cloud-basierende Infrastruktur, über NFDI-Verbiderwürste hinweg, es ist als Cross-Cutting-Topic, in die NFDI eingeflossen, eine der Sektionen des NFDI-EVs, um sozusagen Daten abholen zu können, entsprechend aufzubereiten, entsprechend zu speichern und dann letztendlich darauf sozusagen den Tool-Layer, den Application-Layer legen können, damit Leute eben sich die Daten abholen können, in Form von Portalen, in Form von Suchfunktionalitäten oder in Form von programmatischen Zugriff natürlich, Analyse-Visualisierungsfunktionen zu haben, letztendlich das ganze Backbone zu liefern, um wirklich daraus dann eben Data Science, Wissenschaft machen zu können, weil das wird am Schluss aus meiner Sicht das Kriterium sein, ob die NFDI, und ich rede nicht nur von NFDI-Biodiversity, die NFDI als Ganzes überlebt, sie muss einen Mehrwert für Forschung, Politik und Gesellschaft liefern, wenn es das nicht tut, dann können wir auch wieder heimgehen. So, was ist natürlich wichtig, hatten wir auch schon natürlich erwähnt, wir machen das nicht im luftleeren Raum, dafür gibt es eine eigene Task Area, um das Ganze natürlich not reinvent the wheel, sondern letztendlich die Sachen, die da sind, zu nutzen, um auch weiterhin damit anschlussfähig zu sein, auf europäischer, auf nationaler und europäischer Ebene. EOSC ist natürlich die große Thematik im Moment, European Open Science Cloud. Gut, was liefern wir im Moment schon ganz konkret? Es geht spezifische Workshops, natürlich mit unseren Partnern, Training, Teaching, das ist auch natürlich von GF Bio geschuldet, hier ist natürlich sehr, sehr viel Vorleistung gemacht worden, öffentliche Events, ja, ich hoffe mal, auch in Zeiten von Corona wieder etwas besser, häufiger und was sind wir letztendlich oder wie verstehen wir uns selber? Wir verstehen uns schon als wirklicher anwendungsorientierter Netzwerk mit 50 Partnern unter aktuellen Fünfjahresperspektive deutlich transdisziplinär zwischen Wissenschaft und Public Service sozusagen in die Öffentlichkeit und eben um Daten zu mobilisieren und damit auch diese sozusagen für die größere Biostätsgemeinschaft verfügbar zu machen. Ja, und für die ersten drei Jahre natürlich wollen wir unser Arbeitsprogramm irgendwie erledigen, aber das halte ich gar nicht für die absolut wichtigsten Teile, sondern wir müssen das Netzwerk, also unser Netzwerk entsprechend aufbauen, dass es wirklich funktional und funktionierend ist. Wir haben mit IGF Bio sehr viel Erfahrung, da müssen wir anschließen und das sozusagen jetzt auf 50 Partner transferieren, aber eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, dieses Mehrwertdienste für die Community, für die Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und auch Politik zu liefern, das wird unser, glaube ich, der Knackpunkt sein, an dem wir gemessen werden am Ende des Tages. So, und wer immer noch nicht überzeugt ist, warum wir das Ganze machen, muss ich leider einmal kurz die Präsentation unterbrechen, weil das funktioniert sonst nicht. Ein, so, ein kleines Video, schauen wir mal, ob es geht, dass wir einfach Spaß gemacht haben, mein Sohn und ich, das sitzt da hinten, wenn wir uns mal überlegt haben, warum macht man das Ganze eigentlich und wir festgestellt haben, weil es diese Welt einfach wert ist und deswegen haben wir uns mal ein paar unserer Drohnenaufnahmen genommen und die zusammengeschnitten. Ich hoffe, das motiviert auch. und die zusammengeschnitten. und die zusammengeschnitten. und die zusammengeschnitten. So, mich motiviert sowas, weil dann weiß ich nicht, warum ich es wirklich mache, nämlich für die Welt, für die Menschen und weil ich euch lieb habe. So, und damit verlasse ich jetzt die Bühne.